Da fighten die schon, weil Kyrios da zu liegen. Ja, der Einzelne ist zum Schiff gegangen. Marvin, Digga! Ja, so blau 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 würden sie ja... Hm, kein Arm. Mistverdammt. Hey, ihr ist ein Friedensstifter für Dante. Dankeschön. Also, jetzt bin ich aber verwöhnt genug. Also, wer ist nicht mitgekriegt, hat hier einen dikten Rucksack. Eigentlich bin ich schon verwöhnt genug. Gut. Ich habe schon wieder viel zu viel Glück mit dem Einsammer. Hey, Marvin! Oh, Schatz. Brüder, ich habe hier ein Evo-Shield. Du für drei. Das kann ich brauchen. Hatte ich auch gefunden. Und einen goldenen Helm. Hier ist ein schweres Magazin. Stufe 7. Das heisst! Seht ihr vor euren Karten, wir sind ziemlich weit verteilt. Soll ich es mitbringen? Ja, wäre nett. Äh... Da liegt's. Hm. Sonst ist hier sowieso nichts mehr interessantes. Eine Minute, bis der nahegelegene Ring sich schließt. Nicht viel Zeit! Ring ist weit entfernt! Bei mir hat er ja noch gesagt, der Ring ist nicht weit weg. Ja, hat er bei mir auch. Komplett Gold. Ja. Oh, was ist das denn jetzt schon wieder für eine Scheiße? Lass mich... Du sollst das Ding... Ding markieren. Gegner, genau hier. Ach, leck mich doch. Er war ja noch ein Deal an der Evo-Shield. Aber ey, markier das Evo-Shield. Das Evo-Shield als Feind ist auch gut. Ja, why not, ne? Ja. Achtung, liefere Kehrpaket aus. Ein Kehrpaket, ich liebe diese Dinge. Dann hast du diese Plan benutzt. Ja. Ja. Danke. Danke. Hier ist ein erweitertes leichtes Magazin. Stufe 4. Das könnte ich brauchen. Sollen wir uns langsam mal Richtung Zöhne machen? Sonst gibt es wieder einen heißen Arsch. Wir können ja über links gehen. Teleporter, Teilchen beschleunigen hier. Oh, in diesem Halben. Auch, die hat vielleicht kaputt gegangen. Guck. Jeder ist oder? Aber. Na ja. Nö. Aber ich freu mich. Ich treu mich an. Keiner da. Das hier ist noch leer. Ich freue mich aber auch schwer da unten, ne? Willst du mit rein? Ja. Du musst Schaden machen, ne? Ja. Jo, ein Team gecleared dadurch. Boah, ich liege. Einer liegt von denen auch? Oh. Zwei. Zwei? Keine Ahnung. Ich habe sie nur eingesehen. Oh nein, ich bin auch down. Du musst es reißen. Der steht hier hinter... Fildet sich, kommt rum. Oh man, jetzt musste ich wieder nachladen. Ich habe dieses blöde Ding... Ah, ich habe ihn erwischt. Ah. Ah. Ich habe dieses Scheiß Ding hinter mir gehabt. Ah. 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 Bin ich mitgerechnet? Ich habe zwar die Devotion, aber dass ich die Massive noch habe, hat auch nicht mitgerechnet. Achte auf den neuen Killspitzenreiter, mein Freund. Pfff. Haben wir jetzt echt zwei Teams gekillt? Ja. Teile meine Wunden. Okay. So was? Habe ich bis jetzt nicht gesehen. Was? Hier ist ein Medikit drin. Die sind noch... Da, den habe ich auch gerade. Ich nehme mich doch mit. Die Zertöne. Ich nehme mich auch mal mit. Es tut da, dass ich ein goldenes Ding noch hatte. Ich habe mich in den Busch gestellt und habe mich hochgehalten. Ja, ich habe den goldenen Panzer. Ich habe den goldenen Kopf. Irgendwie haben wir alle was goldene. Kann das sein? Ich habe gehabt. Das einzige Goldene, was ich jetzt nur noch habe, ist das Visier. Hm. Dort. Gut. Also das ich mit dem Massif? Der hat sich echt blöd umgeguckt. Hier ist noch ein Hitze-Schild drin. In der Todeskiste. Ich habe eins. Wo? Ich habe auch eins. Wo ist ein Hitze-Schild drin? In der Todeskiste, hier in der blauen. Ah. Sehr schön. Die waren auch nicht schlecht ausgestattet, muss man jetzt sagen. Der Stunt in dem Moment auf einmal wieder kam, hatte ich eigentlich auch so nicht mit gerechnet. Nee, ich auch nicht. Na, dann hat Termitgranate mit. Da sind wir nicht so runden, Digga. Nee, da bin ich weg. Nee. Nee. Nicht hier runden, Digga. Da haben wir schon so häufig heute deswegen einen auf den Sack bekommen. Mhm. Aber ich hätte auch meinen Schiff. Äh, privat. Aber das kennen wir selber. Ja. Da hast du das eine Team gerade am Winkel fast besiegt und zack. Ich habe eh meistens das Glück, dass die dann vor mir stehen, die Sanftsäcke. nicht alle von uns sind im Ring. Sieht auf eure Karte. Hey, ja. Ich bin ja schon da. Da bin ich immer so ein Auge. Oh, Schüsse höre ich. Hinter uns, ja. Das ist der Richtung, wo wir hergekommen sind. Ja. Nächste, das nächste Team dort am Battle. Wow! Daneben. Über uns. Uh, ja. Äh. Eine weitere Variable für die Laborraten. Hier ist Kuren. Wo bist du? Irgendwann. Ich bin ja auch dritt mit euch im Nebengebäude. Warküre. Brechen die Tür auf. Ja, wie gesagt, die hängen da oben. Unden. Ah, Drecksau. kommt zu mir ist auch nicht mehr allzu viel so schön läuft links nach mir und jetzt gleich von hinten ein ich weiß wir können nicht helfen ob denn liegt ob denn es ich kann ich nicht mehr aufstehen ja sie wird zugegast die ist draußen irgendjemand ist gerade gestorben ich kann euch noch nicht mal aufheben ja von rechts von beiden seiten kamen die jetzt weil du durch den qualm nichts gesehen hast hat sich die ganze zeit wieder markiert gehabt ja aber ich habe einfach nur so reingeschossen jetzt aber jetzt kam noch ins quad dazu